Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich freu mich mit. Ja, super, Baby. Danke schön. Ja, Kleines am Telefon. Ja, mach ich. Tschüss. Pipi. Ach so, ich soll jetzt dranbleiben. Richtig, Sie müssen dranbleiben. Ich wollte gerade auflegen. Um Gottes Willen, wo soll denn dann das Geld hin? Ich habe gesagt Pipi. Aber es liegt nur daran, dass ich Sternagel-Dicht bin. Wir müssen Wein getrunken heute Abend, Kühlwein. Oh, Weihnachtsmarkt. Reiner Weihnachtsmarkt. Hab ich Glühweinwurst gegessen. Glühweinwurst. Suppe. Fuck. Moment, ich muss mich kurz noch abfreuen. So, bitte. Ah ja. Der kommt. Ich hab mal Apropon getrunken. Oh nein. Wieso, meine Damen und Herren, sag ich eigentlich die ganze Zeit Glühweinwurst? Weil du nicht der Intelligenteste bist. Weil ich nicht der Intelligenteste bin, meine Damen und Herren. Toll. Mein ganzes Gesicht ist voller Wasser. Oh mein Scheiße, noch eins. Ich hab schon gedacht, ich muss sterben vor lauter. Was ist eine Sauerei? Kinder. Mann. Ja. Na auf mit der Scheiße. Nicht in diesem. Ja, kannst du deinen Job in Gangstatt? Sag mal, das ist ja unfassbar. Mann, das sieht so aus, nach der Schüttungsgefahr. Muss nochmal Gurgeln. Sie treiben es bis zum Sorge, bis zum Äußersten, bis ich hier brechen muss. MusikExpress, meine Damen und Herren. Wir bleiben. Wir bleiben beim Thema. Ja. Verstehen Sie mich? Wir bleiben mein Thema bei Musik hier bei Non-Live. Hallo? Ja, wer ist da? Ja, entschuldigen Sie bitte, hier spricht die Romana Gans. Warum Entschuldigung, Romana? Ja, weil ich mich jetzt, ich war gerade auf einmal da, ohne war schon da. Ich bin schon drin, weil ich hier gerade schon nach vorne auch versucht habe, jetzt bin ich aber mal drin. Ich habe nicht... Auf hat es gemacht, bams, und dann war ich schon da und jetzt bin ich drin. Du bist so gut aus, nee, du stehst bestimmt auf Frauen. Aber alle Schwulen sehen gut aus. Jetzt pass auf, ich war neulich im Klochenbach-Viertel in München. Ja? Ich war in der Bar gewesen, in der Schwulenbar. Hab natürlich wieder gefeiert. Und dann wurde es mir irgendwann zu viel, weil die Leute dann kommen sie hin und sagen, hier, geht da weg. Junge. Bin ich rausgegangen an die Tür an der Kneipe und hab mich so an die Hauswand gelehnt. Da kommt einer vorbei, Mitte 60. Sehr schlecht aussehend. Übergewicht, dass es knallt und fragte mich, was ich koste. Und dann hab ich gesagt, alles klar, Freund, dein Geld will ich haben. Da hab ich gesagt, 1000. Und dann hat er gesagt, was? Und dann sagt er, okay. Ich schüttel's gerade. Fangen wir mal an zu singen. Mein Freund, der Baum ist tot. Das ist ja schwerstlangweilig. Ja? Ich fand den sensationell. Ja. Aber ich glaube, der hatte schon Glühwein heute, oder? Äh, nee, ich glaub, der ist immer so. Echt? Ja. Vorsicht, Freunde. Jetzt nicht irgendwie komisch werden. Kennst du Norm Margulay? Kleine Dicke, oder was? Ja, ja, das ist ja kleine Dicke. Aber den kann ich gar nicht. Ja, eben. Norm Margulay ist so ein kleiner Schlumpf. Ja, verpiss dich. Tschüss. Tschüss. Hast du eine Freundin? Nee. Freund? Nee. Was willst du haben? Geld. Geld? Ja. Du rufst wegen des Geldes an? Ja. Um Gottes Willen, was ein Armutszeugnis. Ja, mein Redakteur sagt gerade, meine Ausdrucksweise ist wieder so böse. Die Leute, die Zuschauer beschweren sich dann wieder. Hallo, wer ist da bitte? Ja, ich bin's wieder. Wer ist da bitte? Jörg. Jörg. Ja. Jörg. Hallo Jörg. Zu Jörg. Ähm. Hallo? Jörg. Hallo Jörg. Jörg. Zu Jörg. Wann kleiden? Jörg, äh, nicht traurig sein. Sie bekommen jetzt von mir 10 Euro, weil Sie ja dafür nichts können, ja? Fang mal an zu singen. Und wollen wir trinken. Ja, 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 ja. Du bist gut drauf? Ja. Aber es liegt nur daran, dass ich sternhageldicht bin. Wann? Ja. Bitte ruhig. Entschuldigung. So, wir kommen zur rechten Runde. Selbstverständlich, Freunde. So, schönen guten Tag. Fröhliche Weihnachten. Fester. Hier ist der Thomas. Guten Abend. Thomas! Alte Säge. So, Thomas, jetzt rockt das Haus. Hallo. Mandy, Sie sind in der Sendung. Also freue ich mich total, muss ich sagen. Also, das ist schön. Und was rufen Sie an? Ich bin kein mit Sachsen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Nein, mein Redakteur hat's erkannt. Wieso, in meiner Sprache? Nee. Nein. Hört man das? Hört man das an der Sprache? Hier ist noch mal die Mandy. Schon wieder? Dann schütteln wir jetzt los. Was? Ich kreide mein Bild weg hier. Oh, nee. Warum? Ich bin ohne. Ich hab irgendwo draufgedrückt in meine Aufregung. Das können Sie doch nicht machen. Schade. Wie schade. Wollen Sie allen anderen die Lösung klauen? Ja, klar. Ach, was finden Sie für eine fiese Möp. Na, ich bin kein fieser Möp. Alles cool. Gott, wie süß. Ich möchte von Ihnen, dass Sie jetzt mal logisch denken. Verstehen Sie, was wir von Ihnen wollen? Mittel oder Currywurst? Nein, 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 nein. Glühweinwurst. Glühweinwurst. Also, ich bin eine ziemlich coole Sau. Bist du verrückt? Ich bin ja der lustige Glückshase. Nee. Du bist ein Kasper. Das ist ungefähr der schönste Satz, den ich in acht Jahren Coltivie gehört habe. Ich bin der einzige Vernünftige hier. Juhu. Aber macht ja nichts. Du schaust öfters neuen Live. Ne? Neun Live heißt der Sender. Ja, das war Quizzo, die Primetime-Show. Und wir haben Ihnen heute mal gezeigt, wie Fernsehen wirklich funktioniert. Die Moderation war mal wieder Weltklasse. Tschüss. Ja, das war Quizzo. Na Craigshaus. aghetti-71- Ja, hast du escucho ? Ja, das war Quizzo. Dann befand mich nicht. Däเห Ch who you needed, Legoμέane, ha Self-meeúblico. Ja, Ich bin ja lang!